Hallo, your turn! Civilization Live heißt es diesen Samstag am 30. November ab 19 Uhr live aus München. Writing Bull und meine Community, wir sind zu Gast bei 2K Games in München im deutschen Hauptquartier des Publishers von Civilization 6. Dafür gibt es ja seit kurzem eine Version für die Konsolen, für Playstation 4 und für die Xbox One. Wir würden euch gerne zeigen, wie man die spielt. Das machen wir live aus München für euch und machen das im Rahmen eines Multiplayer-Matches. Wir treten gegeneinander und miteinander an in einem kleinen Show-Match. Das sind Matze und Matsumen und Osning und Nipkno, 4 Leute aus meiner Community und ich halt. Ich mache sehr viele Civilization 6 Live-Streams und Videos auf YouTube und auf Twitch. Und an dem Abend nicht nur auf meinen Accounts dort, auf diesen beiden Plattformen, sondern auch auf der deutschen Facebook-Seite von Civilization 6. Durch die Überall werden wir unser Multiplayer-Match streamen. Dort könnt ihr nicht nur, wenn ihr möchtet, jede Menge gute Tipps abräumen, wie man Civ 6 gut spielen kann, wie die Bedienung am besten flutscht und wie man taktisch-strategisch vielleicht clever vorgehen kann. Für Einsteiger sicher auch ein Stream, der sich lohnt, weil man einiges abgreifen kann an Tipps und an kleinen Hilfestellungen. Sondern ihr könnt, wenn ihr möchtet, auch was gewinnen. Wir werden nämlich hiervon jeweils ein Stück verlosen von dem Civ 6 gebrandeten Controller, den es gibt für beide Konsolen. Eine echte Civ 6 Landkarte drauf zu sehen. Ich hoffe, das klappt mit dem Grün vor dem Greenscreen, dass ihr das vernünftig sehen könnt. Einen solchen Controller für die Playstation 4 und einen für die Xbox One verlosen wir im Laufe dieses Abends für euch. Könnt ihr gewinnen in den Chats. Also, your turn, Civilization live. Diesen Samstag, 30. November, ab 19 Uhr bis mindestens 23 Uhr. Ich vermute auch noch ein bisschen länger, weil wenn uns erstmal so richtig das Civ Fieber packt, dann heißt es, one more turn, one more turn, one more stream, immer mehr und immer weiter. Ich freue mich drauf. Bis dann.